So Ivan, das ist eigentlich eine sehr spannende Nummer, wo der Lars vor einigen Wochen bei uns gewesen ist, hat er dieses Getränk hier mitgebracht. Ich muss gleich was darüber erzählen. Meine Freunde, meine Kunden, meine Stammkunden und Best Buddies, unser Golfclub, alle fragen immer, ich würde gerne einen leichten, der schmeckt, bezahlbar ist und am besten alles kann und auch keinen typen Kopf macht und weiß ich was. Eigentlich ist das nicht lösbar. Pinot ist sehr, sehr fragil, Laubegunder oder Pinot. Ihr habt hiermit eigentlich was in der Tasche, was aus meiner Sicht in Europa keiner hat. Und die Kameraden über den Teich, die passen wir jetzt mal weg. Die machen ja auch nur Bomben. Das hier ist vielleicht die Lösung für Leute, die gerne Rotwein trinken. Was haben, was richtig schmeckt, was muntig, das dampft auch hier von rüber, das kommt so langsam. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ich muss mal was über die Frucht gleich erzählen, aber vielleicht mal vorab, was haben wir denn da drin? Ja, also wir haben Lagrein im Glas. Lagrein ist eine einheimische, im Fachjargon eine autochtone Rebsorte. Das ist eine Rebsorte, die eigentlich nur in Südtirol wächst, aus Südtirol kommt, in Südtirol beheimatet ist und daher eine Historie von fast 300, 400 Jahren in unserem Weinbaugebiet hat. Das, was du jetzt angesprochen hast, ist wirklich ganz cool, weil es ist eine Rebsorte, die hat extrem viel Farbe. Es ist ein ganz, ganz dunkler, kräftiger Rotwein, von der Farbe her. Aber im Trunk ist das Ganze eigentlich saftig, frisch und hat eine gewisse Trinklichkeit. Also Trinkfluss ist da so ein neues Wort für... Und das liegt daran, dass Lagrein, wenn er reif ist, wenn die Trauben ganz reif sind, dann hat er extrem viel Anthocene, also Farbstoffe in den Trauben, die ganz, ganz schnell in die Flüssigkeit sozusagen während der Gärung übergehen. Danach aber wenig Tarnine, wenig Gerbstoff. Und das macht es aus. Rund, geschmeidig, weich. Aber nicht Auer. Aber nicht Auer. Genau. Wir haben das jetzt auch, der Michi Lehnkuhl, der hier steht und auch mitprobiert da hinten, und hat den auch gekühlt jetzt. Also wir trinken den jetzt genauso gekühlt wie die Weißweine. Ja. Und genau so machen wir das bitte auch. Leicht gekühlt. Leicht gekühlt. Soll nicht dem Gefrierfach jetzt... Nein, warm wird er alleine. Genau, genau. Wir haben ihn jetzt vorsichtig von der Stunde rausgeholt, und man sieht das ja, dass er noch ein bisschen beschlagen, ja, noch gut beschlagen ist, aber das macht so eine unfassbare Laune. Das ist aber auch jetzt ein Begleiter für mich, nicht nur dafür. Das kann ich zu einer Pasta nehmen, das kann ich zum Gegrillten nehmen, das kann ich zu einer Pizza nehmen. Das ist ein schöner Allrounder. Nein, den müsste man doch eigentlich in Magnumflaschen füllen. Das ist viel zu klein, das Ding hier. Das gibt's auch von dem. Die gibt's auch von dem. Ja, wir machen vom Lagreinerie da auch einige Magnumflaschen. Das Toll an dem Wein ist, wir haben hier ein ganz... Wir sind ein junges, modernes Weingut, aber wir haben einen ganz traditionellen, klassischen Ausbau. Und da weinen wir zu 100 Prozent, so wie es mein Opa eigentlich schon immer gemacht hat, im Betonfass. Das ist genau so. Ich meine, das kennt sich ja auch gut aus in der Weinbranche. Wir haben ja diese drei Behältnisse, also Stahl, Beton, beziehungsweise dann das Holzfass, wo man Wein ausbauen kann. Beim Stahl, da haben wir keinen Sauerstoffaustausch, das ist mehr für ganz, ganz fruchtige Sachen. Holzfass, das benutzen wir ja nicht zum Aromatisieren von irgendwelchen Weinen, sondern die Aromatisierung, das bisschen der Vanillegeruch, das ist ein Nebeneffekt. Wir nutzen das ja wegen der Mikroxidation, wegen dem Austausch von außen und innen. Dieser Wein ist in Betonfass ausgebaut. Das ist ein Medium, das man ursprünglich, vor allem in Frankreich, eine große Verwendung hat. Vor allem für Rebsorten um ihren Charakter, um ihren Traubencharakter. Einfach die Aromastoffe, die man in den Trauben haben, dann auch in den Wein widerspiegeln zu können, weil er ganz neutral ist. Einige Nobelschmieden sind auch hingegangen und haben in Beton richtig kräftig investiert. Absolut. Also das ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, die Südtiroler, die machen das Nebeneffekt. Nein, nein, nein. Die sind dann auch schon drauf gekommen, dass das sinnvoll ist. Aber wir haben wirklich für diese ganz delikate, diese ganz heikle Tanninarmeer-Grebsorte, wie es da rein ist, festgestellt, dass der Ausbau im klassischen Betonfass den Terroir-Charakter, diese Fruchtigkeit, diese Tiefe, die dieser Wein in der Nase vor allem widerspiegelt, am besten in den Wein transportieren kann. Eine Lanze muss man ja brechen. Es gibt ja verschiedene Produkte, wie der Beaujolais, es gibt Grüße aus dem Beaujolais, die 94, 95 Punkte kriegen, so irrsinnige Wein. Aber man redet ja nur über diesen Dreck, die will ich Beaujolais. Lagrein hat man auch, glaube ich, irgendwo in Deutschland in diese Schublade mal reingetreten und reingekrügelt. Leider. Jetzt bist du dabei und ziehst das da wieder raus mit so einem unfassbaren Produkt. Ich muss mal ganz kurz rüber. Michi, was kostet ihr bei einem Endverbraucher ungefähr? Ist das unter 10? Ne, etwas drüber. Also so 12, 13 Euro. Ja leider. Ja, die 12, 13 Euro zahle ich dafür gerne, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber da waren irgendwelche Winzergenossenschaften oder Kollegen, die das da anders gemeint haben. Das war leider vor einigen Jahrzehnten so, dass sehr viel Lagrein im Umlauf war. Und da waren Lagrein vor allem angebaut auf alten Massenträger und Erziehungsformen. Leider sehr einfach gestrickt. Heute haben wir junge, moderne Winzer und wir haben das praktisch alles umgestellt. Wir haben ganz, ganz viel auf Spalieren laden. Wir machen niedrige Erträge bei dieser Ertragsreichen Riech. Das ist eine Ertragsreiche. Wir reduzieren die Erträge. Wir fahren rigorose Qualität im Weinberg. Und dadurch haben wir einfach viel mehr Konzentration, viel mehr Tiefe, viel mehr Langlebigkeit auch in den Weinen. Weil Lagrein, die ursprüngliche Form vom Lagrein, dieses Bujolais, das du angesprochen hast, diese ganz, ganz fruchtigen, von der Frucht her einfach dominanten Weine auch, die haben ein großes Alterungspotenzial. Das sind Weine, die nach 10, 15 Jahren auch noch richtig gut dastehen im Glas. Aber wie bei allen Sachen, man muss die Menge regulieren, man muss im Weinbau extrem gut arbeiten und man muss Qualität statt Quantität produzieren. Und dann funktioniert das Ganze auch bei einheimischen Rebsorten, bei lokalen Rebsorten. So ein bisschen das, was ich über die ganzen Jahre, also hier jetzt schon fast 30 Jahre, über 30 Jahre, gemerkt habe, dass ihr seid so wahnsinnig mit Rotwein, also nicht nur Blauburgunder oder Pinot Noir, auch gemachten Merlot und Cabernets, die international vollkommen Weltklasse sind. Die Burgunder von euch sind bezahlbar. Dafür kriege ich in Burgund nix, also nicht was, was schmeckt. Und irgendwie habt ihr das oder der Verband oder die Region das nicht so hinbekommen. Die Deutschen sind für den Supertasten zahlen die 30, 40, 50 plus, nach oben gar keine Frage, für Tinanello mittlerweile 115, 120, alles easy. Also ich würde gerne in 10 Jahren wieder hier sitzen und dann reden wir wirklich gerne über Burgunder, weil, wie gesagt, ich bin ja an erster Front. Wir sind ein Weingut, das für Pinot Noir hauptsächlich bekannt ist. Wir haben das Glück mit den besten Lagen in Südtirol und dementsprechend auch in Italien mit den besten Pinot Noir zu arbeiten. Absolut. Und wie du schon gesagt hast, in Südtirol gibt es bezahlbare Pinot Noirs im Bereich von 20 bis 40 Euro, die wirklich mit den Premier-Grüß und zum Teil auch mit Grand-Grüß aus dem Burgund mithalten können. Unsere Newsletter haben wir da drin, den Super Pinot Noir und auch ein paar Magnums haben wir noch im Pinot Bianco Sektor noch mit reingepackt, wo wir einfach mal so ein bisschen bunt bei euch eingekauft haben, um das mal zu zeigen, was das einfach für eine unfassbare Option für uns als Weintrinker ist. Ich probiere natürlich immer mal wieder Pinots aus dem Burgund aus und möchte auch mal gerne einen verkaufen für 25, 28 Euro, wo die Kunden sagen, wow, nein, ich finde es nicht. Und bei euch ist es so, lieber Lars und lieber Michi, nochmal vielen Dank, wir haben das probiert und das ist es. Und das ist die Wahrheit, das ist sauber, das ist wirklich pur, das macht Spaß und das macht meinen Geldbeutel keine Schande. Absolut. Und das hier sowieso nicht, das ist ein Traum, super Einsteigerwein und genau der Wein, den ich besucht habe, leicht bis mittelschwer, unkompliziert, aber dennoch mit viel Wein und mit viel Farbe, mit viel Luft. Das ist so mit Trollinger und den ganzen Sachen in Deutschland immer schwer, das verkaufen die im Stuttgarter Raum wie Tier, aber bei uns in Köln kriegst du davon... Ja, hier haben wir einfach einen mittelschweren, einen mittelkräftigen Rotwein, der aber trotzdem einen ganz, ganz saftigen, frischen Drinkfluss hat. Und damit endet das hier heute. Wir bereiten uns jetzt vor auf das Länderspiel. ...